Wir haben Urlaub. Hallo zusammen, willkommen bei WUMO Vlogger. Ich bin der Jörg und ich bin die Claudia. Wir fahren jetzt tatsächlich drei Wochen in den Urlaub. Dann gehen wir uns so richtig auf den Keks. Das sowieso. Oder? Ja, wettermäßig gucken wir, wo es uns hin verschlägt. Wir haben nur einen groben Plan. Wir fahren jetzt mal in Richtung Mosel heute und wollen da nächtigen. Und dann gucken wir morgen weiter, was das Wetter so sagt. Genau, weil im Norden soll irgendwie schlecht Wetter sein und auf Regen haben wir keine Lust. Im Süden ein bisschen besser. Wir fahren einfach da, wo schönes Wetter ist. Da fahren wir hin. Ihr werdet es ja sehen. Genau, wir zeigen euch das. Also, bis dann. Tschüss. Wir fahren jetzt Richtung Mosel, Richtung Koblenz erstmal. Wir sind jetzt gerade im Tunnel und bis jetzt klappt die Fahrt ganz gut. Wir sind hochmotiviert. Wir sind hochmotiviert und haben auch schon einen Platz. Jetzt zeige ich mal meinen Mitfahrer. Also, wir sind jetzt unterwegs Richtung Koblenz, grobe Richtung. Jetzt gerade auf der A1. Der Verkehr hält sich in Grenzen. Wir hoffen, wir kommen gut durch. Sind hochmotiviert. Wir sind jetzt circa fünf Kilometer von Kochen noch entfernt. Wir fahren jetzt so Serpentinen hier runter. Und es ist eine ziemlich kurvige Strecke und mir fällt es schwer, den Osmo gerade zu halten und das richtig zu filmen. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. So, wir sind bald. Und wir können jetzt auch, wenn es hier rausgegangen ist. Wie? Wir haben drei Rett ront. Wenn wir jetzt mal rausgegangen sind, können wir machen. Ja, wir können wir werden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.